Amit Davutoglu AMET Davutoglu ist Ministerpräsident der Republik Türkei. Der Politologe und Politiker wurde am 27. August 2014 zum neuen Vorsitzenden der Regierenden Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung gewählt. Am 28. erteilte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ihm den Auftrag zur Regierungsbildung. Am 29. August trat das Kabinett Davutoglu ihr an. Leben und Karriere Davutoglu kam 1959 als Sohn des Ehepaares Mehmet und Memnun Davutoglu auf die Welt. Seine Mutter starb überraschend, als er erst vier Jahre alt war. Sein Vater, ein Schuhmacher, heiratete ein zweites Mal. Er besuchte das Istanbul Isasi sowie die Fakultät für Wirtschaft und Politikwissenschaft der Bosporus Universität. Seine Masterarbeit schrieb Davutoglu am Institut für Staatsverwaltung und seine Dissertation am Institut für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen derselben Universität. Zwischen 1990 und 1995 arbeitete er an der Marmara-Universität. 1993 wurde er Dozent und 1999 Professor. Davutoglu war Vorstand des Institutes für internationale Beziehungen an der Bighten-Universität. Seit dem Wahlsieg der AKP war er Chefberater des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan für Außenpolitik. Davutoglu wurde durch den Beschluss des türkischen Staatspräsidenten Ahmet Niktecizir und des Ministerpräsidenten Abdullah Gül vom 17. Januar 2003 zum Botschafter ernannt. Am 1. Mai 2009 gab der Ministerpräsident die Kabinettsrevision bekannt und Davutoglu wurde in der Nachfolge von Ali Babakan Außenminister. Er gilt als stärkster Vertreter des Neo-Osmanismus und einer neuen multidimensionalen türkischen Außenpolitik. Sein Werk Strategik der Relik gilt als Standardwerk dieser neuen Außenpolitik. Mit Amtsantritt als Ministerpräsident der Türkei wurde Mevlüt Kavuzoglu sein Nachfolger. Davutoglu spricht neben türkisch auch englisch, arabisch und deutsch. Verheiratet ist er mit der Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Sare Davutoglu, mit der er vier Kinder hat. Werke, alternative Paradigmen, The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory, University Press of America, Lannem 1993, ISBN 0819190462, Civilizational Transformation in the Muslim World, Mahir, Kuala Lumpur 1994, ISBN 9837003138, Strategik der Relik, Türkiyen in Uluslararasi Konomu, Kyrie Enlari, Istanbul 2001, ISBN 975-6614005, Kyri Selbonalem, Elfei Lülkonus Malari, Kyrie Enlari, Istanbul 2002, ISBN 975-6614007-2, Kyrie Enlari, Istanbul 2001, ISBN 8805-16804-2,